Weißt du, was es da draußen gibt? Noch viel bedeutenderer Töne. Komponiert von der Natur, dirigiert von den physikalischen Gesetzen des gesamten Universums. Es ist ein magischer Ton, es ist Energie, eine Wellenlänge. Und wenn du auf ihr nicht mitschwingst, dann wirst du nie was hören. Und woher mag das kommen? Was ich höre? Es kommt wohl von allem, was es drin gibt. Es kommt durch uns, zumindest durch einige von uns. Es ist unsichtbar, aber man kann es fühlen. Nicht alle können es hören. Nicht alle hören zu. Hey, 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 hey. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018